Heute treffe ich eine Hundemama mit Herz, lerne die polnische Kultur kennen und treffe eine Kandidatin, die schon mit drei Monaten auf dem Fußballplatz stand. Hi, ich bin die Nathalie Simone, bin 26 Jahre alt, komme aus Remsek und bin vom Beruf Bankerfrau. Ich spiele seit 23 Jahren Fußball, bin damit aufgewachsen, dadurch, dass meine Mutter Fußball gespielt hat, mein Vater früher Fußball gespielt hat und auch meine Schwester Fußball gespielt hat und war das erste Mal auf dem Sportplatz mit drei Monaten, auch hier in Ludwigsburg beim TSV. Ich spiele in der Innenverteidigung. Meine Mädels sagen oft zu mir, dass ich eigentlich so ein bisschen der Kamikaze hinten drin bin, dass ich, wenn eine durchkommen sollte zur Innenverteidigung, dann bin ich halt auch eher jemand, der dann mal die Grätsche auspackt. Wenn ich jetzt anderen erzähle, dass ich Fußball spiele, kommt immer die Reaktion, ah ok, Frauen und Fußball. Und wenn die dann aber hören, ich spiele schon sehr lange Fußball oder wer muss sich dann allgemein über das Fußballthema unterhält, kommt oft auf, ah du hast ja wirklich Ahnung von Fußball. Meine Freunde würden mich in drei Worten beschreiben, hilfsbereit, ich bin immer für meine Freunde da. Auf jeden Fall witzig, spontan, ja, das sind vier und ehrgeizig. Ich bin seit fünf Jahren verheiratet. Ich habe mit 21 verheiratet, viele sagen, ha, recht früh geheiratet, aber ich sage immer, wenn es passt, dann passt es. Und passt und funktioniert alles auch heute noch. Ich soll der neue Bierkönigin werden, weil ich denke, dass es der optimale Job für mich wäre. Das ist so ein bisschen ein Gegensatz zum Fußball. Ich bin beim Fußball eher natürlich. Und wenn ich dann aber weggehe, feiern, bin ich trotzdem geschminkt, trotzdem gestylt. Und als Bierkönigin würden mir auf jeden Fall Eigenschaften vom Fußball helfen, dieses Teamfähigkeit. Das ist wichtig, dass man einfach zusammenarbeitet, an einem Strang zieht, wenn man mal einen Fehler macht oder mal anderen Fehler gemacht haben sollten. Dass man guckt, dass man das ein bisschen, ich sage jetzt mal, abdeckt, dass es nicht komplett alle mitbekommen. Im Leben besonders wichtig ist mir auf jeden Fall meine Familie. Spaß im Leben auf jeden Fall. Ich muss immer was machen, was mir Spaß macht. Ich sage immer, ein Tag ohne Lachen ist eigentlich ein vergeudeter Tag. Weil ich finde, man weiß nie, wann es das Ende ist. Es ist so kurz das Leben und man sollte einfach jeden Tag genießen. Ich bin die Klara. Ich komme aus dem schönen Eichtal. Ich bin gebürtige Polin und ich bin 18 Jahre alt und ich fange jetzt meine Ausbildung zur Zandtechnikerin an. Auf meinem Schoß ist es die Krüscher. Das ist mein kleiner Dackel. Krüscher ist ein sehr, sehr menschenbezogener Hund und sie gibt mir einfach so viel Liebe. In meiner Freizeit reite ich sehr gerne. Ich gehe gerne shoppen und ich mache auch sehr gerne Sport und natürlich gehe ich auch gerne mit meinem Hund spazieren, auch gerne wandern. Und ich koche auch gerne. Sushi ist voll meine Leidenschaft, aber ich koche auch natürlich regional polnisch. Wir kochen heute Piroggen. Das ist sozusagen das polnische Synonym zu Maultaschen. Also hat eine sehr ähnliche Entstehungsgeschichte, einfach diese Herrgottsbescheißele, dass man sozusagen das Fleisch verstecken möchte. Ich bin eh Vegetarierin, deswegen macht es bei mir jetzt nicht so viel, aber wir werden auf jeden Fall halt sehr leckere Piroggen kochen. Einmal süß und einmal herzhaft. Bis zu meinem vierten Lebensjahr habe ich in Polen gelebt. Meine Wurzeln sind mir sehr wichtig. Ich bin auch, ich muss sagen, sehr stolz Polin. Wobei ich auch sagen muss, hier in Deutschland fühle ich mich zu Hause. Also ich würde mich sowohl als Polin als auch als Stuttgarterin sehen. Ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der bis elf Uhr morgens schläft. Ich bin jemand, ich stelle mir den Wecker um sieben, um auch wirklich produktiv zu sein. Ich will eigentlich viel aus meinem Leben rausholen. Ehrgeizig zu sein, aber immer zuvorkommend, offen für Neues. Das ist mir wichtig im Leben. Ich sollte neue Bierkönigin werden, weil ich einfach sehr viel Lebensfreude ausstrahle. Ich mag Bier, ich liebe Dirndl und ich glaube, ich würde ganz gut zum Team passen. Ich würde mir in der Vasenzeit auf jeden Fall viel Kaiserschmarrn machen, einfach weil es mich am besten durch die Vasenzeit bringen wird. Einfach weil es so süß ist und der Zucker gibt einem auch Energie fürs Festzelt. Meine Freunde würden mich als sehr lebensfroh beschreiben, immer offen für alles und vielleicht auch beschützerisch. Ich würde für meine Freundin durchs Feuer gehen. Ich würde auf jeden Fall auch für meinen Bierkönigin-Team durchs Feuer gehen. Mich unterstützt eigentlich jeder, dem ich das erzählt habe. Das ist ganz witzig. Meine Tante kommt sogar aus Schottland zu der Wahl angeflogen, um mir dabei zuzuschauen. Und alle meine Freunde sind auch schon voll dabei und sagen, ich werde das Ding holen. Hallo, ich bin die Nina, 19 Jahre alt, komme aus Gerlingen und bin angehende Medienstudentin. In meiner Freizeit treffe ich am allerliebsten meine Freunde, verbringe ganz viel Zeit mit meiner Schwester und meiner Familie. Mit meinem Hund verbringe ich auch ganz viel Zeit. Mit ihm gehe ich jeden Tag laufen. Mein Hund ist ein Bolonka Zwetna, wird zehn Jahre alt und heißt Momo. Manchmal hat sie ihre fünf Minuten und rennt nur im Kreis. Und sonst ist sie eher ruhig und liegt schön da und ist immer bei einem und sucht immer die Nähe von anderen Leuten. Also da Tiere eigentlich unsere besten Freunde sind, gibt mir das ganz schön viel, weil auch wenn niemand anders da ist, ist mein Hund da, mit dem ich auch reden kann sozusagen. Und ja, der ist einfach immer für mich da und ich finde es schon ziemlich wichtig, dass man Tierschutz betreibt und ich finde, das gehört auch irgendwo zu jedem Menschen, der einen Hund hat, der sollte sich da irgendwie mit befassen und vielleicht auch mal darüber nachdenken, nehme ich den nächsten Hund oder das nächste Tier vielleicht mal aus dem Tierheim. Schloss Solitude ist mein Lieblingsort, weil es einfach eine Traumkulisse ist. Ich komme hier schon her, seit ich denken kann. Meine Eltern haben hier sogar geheiratet, also hat es hier eigentlich schon irgendwie auch eine Bedeutung für mich. Und im Sommer bin ich hier so oft mit meinen Freunden, um einfach Spaß zu haben, in der Sonne zu liegen. Man fühlt sich komplett aus der Stadt rausgezogen, egal ob man in Stuttgart wohnt, in Gerlingen, in Leonberg, wo auch immer. Man ist hier eigentlich wie so auf einem Stück Ländchen, wo halt die Welt noch in Ordnung ist. Besonders wichtig in meinem Leben ist mir meine Familie, also die steht wirklich an erster Stelle und meine Freunde natürlich. Und sonst einfach glücklich zu sein im Leben und das zu erreichen, was man möchte und sich nicht verbiegen zu müssen. Meine Freunde würden mich als sehr extrovertiert beschreiben, als lustig und immer gut drauf. Ich sollte die neue Bierkönigin werden, aus dem Grund, weil ich immer Spaß habe an den Sachen, die ich mache, sonst würde ich sie nicht machen. Aus Liebe zu meiner Stadt Stuttgart. Ich habe es mir eigentlich nie vorgestellt, dass ich wirklich eine Königin werden könnte, weil das ja immer nur so ein Traum, Prinzessin und Königin. Aber dafür bin ich jetzt umso glücklicher und stolzer, dass ich es vielleicht werden kann. Und dann kann ich mich auch noch bei Schulf